Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video und endlich, man muss wirklich sagen, endlich ist hier die Korrektur gekommen. Wir haben am Samstag noch darüber gesprochen in unserem Wochenausblick, das war der Fahrplan Doppeltop und dann zu Wochenbeginn jetzt erst einmal eine schöne deftige Korrektur. So ist es jetzt eingetreten, wir sind in der Spitze bis auf 40.300 US-Dollar oder knapp 40.400 US-Dollar runtergefallen. Ob das jetzt schon war mit der Korrektur oder nicht, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen, wann wir auf jeden Fall wieder neue Long-Positionen aufbauen. Werde ich auch auf jeden Fall im Video sagen, Short, wie gesagt, ist nicht gelaufen, das Risiko war mir dann noch ein bisschen zu hoch, aber man muss endlich, ehrlicherweise wirklich mal sagen, endlich ist dieser Scheißkurs hier endlich mal korrigiert. Die ganzen Altcoins, die komplett to the moon geschossen wurden, täglich Videos rausgehauen wurden, wir gehen da und dahin, auch endlich mal gerackt. Es wurde absolut Zeit, wir waren wirklich mal am Höchstpunkt und bevor wir jetzt starten, lasst dem Video gerne mal ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Gestern oder vorgestern haben wir noch Cardano schön an unserem Top verkauft bei 64 US-Dollar, also auch das werde ich natürlich dann immer versuchen in der Telegram-Gruppe auf jeden Fall auf den Laufenden zu halten. Und ich habe dann gestern auch noch dazu gesagt, ich werde mich jetzt ein bisschen zurückhalten mit Altcoin-Videos, hat einfach den Aspekt, ich habe gesehen, ca. 75% genießen momentan so ein bisschen die Zeit oder haben die Zeitgenossen, wo die Kurse ein bisschen gestiegen sind. Deswegen werde ich mich jetzt ein bisschen zurückhalten mit Altcoin-Videos und nur noch die wirklich raushauen, wo ich noch ein bisschen Potenzial sehe oder wo wir teilweise noch keine Kaufzonen drin hatten. Gerne mal eure Kommentare dazu unten in die Kommentarspalte reinschreiben. Und wenn wir gerade schon dabei sind, ach komm, machen wir danach, Bitcoin wie gesagt momentan bei 41.900 US-Dollar, merkst du, ich bin gut gelaunt, es ist Montag, ich bin gut gelaunt, weil einfach die Kurse endlich mal ein bisschen korrigieren. Es wurde aber auch Zeit, wenn man sich das Funding angeguckt hat, was teilweise wieder so zwischenzeitlich sogar mal bei 0,06 war, sind zwar Zeiten, die werden in einem Bullrun immer immer häufiger vorkommen, aber ganz ehrlich, diese Korrektur hat dazugehört. Wir haben ja, wie gesagt, am Samstag darüber gesprochen, im Marktausblick, dass wir hier unser Doppeltop geformt haben. Allein dieser Move am Freitag schon war schon absolut ugly, dass wir hier nochmal die Liquidität über diesem Hoch gezogen haben, dann aber drunter geschlossen haben, also kein höheres Hoch geschafft haben. Und dann jetzt eben diese ugly Konsolidierung über das ganze Wochenende hinweg. Schön und gut, es war jetzt einfach absehbar oder es musste einfach mal diese Korrektur folgen. Wir haben noch nicht so richtig das Ziellevel erreicht, wir haben auch kein tieferes Tief geändert. Das heißt, wir sind grundsätzlich immer noch in einer Aufwärtsbewegung. Das Einzige, was halt jetzt einfach komplett ugly ist, ist einfach dieser riesige Docht, den wir jetzt hier drunter haben. Wir können jetzt mal gucken, wenn wir unser FIP-Level ziehen, von unserem letzten Zwischenhoch bis zu unserem jetzigen, halte ich eine Gegenkorrektur. Das heißt nochmal so eine Erholung, vielleicht bis hier hoch, sogar bis zum 0,786er bis 43.200 US-Dollar nochmal im Bereich des Möglichen, dass wir uns zumindest mal hier nochmal erholen im Laufe des Tages, aber dann früher oder später diesen Docht bzw. hier unten die Marke von 39.000 US-Dollar noch einmal testen. Das hier unten ist vielleicht ein bisschen übertrieben hier, die 38.400, ist aber auf jeden Fall alles im Bereich des Möglichen zwischen 39.500 und ich sage jetzt mal 38.000 US-Dollar. Wir haben nämlich hier unten noch dieses kleine CME-Gap, was von, ich glaube von vor drei Wochen oder vor vier Wochen offen war, ist die Möglichkeit. Und wie gesagt, man muss das jetzt alles in einem kürzeren Zeitrahmen sehen. Es kommt jetzt alles noch dazu, wartet mal, ich gehe mal ganz kurz in den vier Stunden-Timeframe. Ich mache mal ganz kurz diesen Weg hier weg, ich meine, ihr habt ihn gesehen, ist jetzt alles völlig Wurst. Wir haben jetzt einen relativ kurzen Zeitrahmen. Wir haben jetzt noch knapp zehn Handelstage bis Weihnachten kommt. Und dann haben die Börsen geschlossen, 25, 26, am 27. machen sie wieder auf. Ich rechne zwischen dem fünften und zehnten ersten, also im neuen Jahr, dann mit dem Bitcoin-ETF. Wir hatten jetzt enorm hohe Funding-Rates. Jeder hat FOMO bekommen, jeder wollte unbedingt jetzt noch den Bitcoin mitnehmen, jeder wollte unbedingt bei den Altcoins mitnehmen. Und ihr seht es hier drüben, es wirkt einfach wieder so harmonisch normal, wenn wir hier minus acht, minus neun, minus zehn Prozent sehen, nachdem wir einfach diese Kurs-Rallys gesehen haben, die absolut teilweise unberechtigt waren. Muss man fairerweise einfach so sagen. Auf jeden Fall, kurzfristig, wie gesagt, ist die Möglichkeit, dass wir uns jetzt hier nochmal das 0786er hier holen. Damit auch nochmal so diesen kleinen Retest hier eben dieser, ich sage es einfach mal, Ineffizienz machen. Und von hier aus dann einfach nochmal tiefer gehen. Dieser Wig einfach oder dieser Docht, je nachdem wie ihr dazu sagen möchtet, ist meiner Meinung nach absolut unplausibel und sollte auf jeden Fall noch gefüllt werden, bevor wir hier weiter wieder nach oben hin jumpen. Wie gesagt, bei 39k bis 38k wartet dann einerseits unser kleines 7i-Gap, das ist hier dieser Bereich hier unten und dann natürlich auch unser Up-Trend. Und solange dieser Up-Trend nach unten hin nicht verlassen wird, das heißt wir können hier locker bis 37.500 US-Dollar fallen, 37.500, 38k, je nachdem, ohne dass diese Aufwärtsbewegung gefährdet ist. Und noch ist alles im Rahmen, es ist eine normale Korrektur und ihr wisst vielleicht, ich weiß nicht mal, wann ich es in die Gruppe gepostet habe, aber vor ein paar Tagen habe ich es reingepostet, dieser Wig wird sowas von schnell passieren, dass die meisten gar nicht reagieren können. Und genau das ist passiert und genau das ist absolut normal in einem Bullrun, dass solche Korrekturen so, so schnell kommen, um alle zu liquidieren und dann geht es sofort wieder in die andere Richtung. Solche Chancen müssen genutzt werden, das heißt nicht, dass ich jetzt keine Bitcoin mehr kaufe, ich werde weiterhin Bitcoin kaufen, ich werde auch weiterhin täglich immer noch ein bisschen weiter Bitcoin kaufen, aber daran müssen wir uns jetzt einfach gewöhnen. Deswegen alles absolut noch im Rahmen, wir müssen uns jetzt keine Gedanken machen, dass das jetzt hier absolut Startschuss für den Bärenmarkt ist. Noch ist alles okay, wir sind in einem Up-Trend, die Chance, dass wir hier unten, und da werde ich mir jetzt dann auch langsam die Position dann aufbauen für eine mögliche Rallye in Richtung All-Time-High, ja ihr habt richtig gehört, All-Time-High, sollte der Bitcoin-ETF kommen, halte ich es auf jeden Fall im Bereich des Möglichen, aber da sind wir noch nicht, warten wir erst einmal. Aber Positionsaufbau werde ich wahrscheinlich dann erst betreiben, sobald wir hier in Richtung 49k bis ungefähr 39.500 US-Dollar und dann die Position hier unten raufskalieren, das heißt mit mehreren Entries machen und dann auf jeden Fall Ziel neues All-Time-High. Vom Risk-Care können wir uns das schon mal ganz kurz angucken, seht ihr selber, okay, 6% ist ganz schön heftig, deswegen mehrere Etappen, 40k, wahrscheinlich dann am CME-Gap und dann vielleicht nochmal hier unten Richtung 38k, damit wir einfach das Risiko ein bisschen minimieren und dann auch den größten Risk-Reward auf jeden Fall haben. Ja, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Ethereum muss man sagen, mustergültig. Nachdem hier muss man aber auch, es gibt hier zwei Faktoren, die ein bisschen unterschiedlich sind zu Bitcoin. Wir haben ein tieferes Tief gebildet, das heißt die Aufwärtsbewegung nicht so stark vorher gewesen wie bei Bitcoin, deswegen auch ein tieferes Tief, aber nicht auf Schlusskurs. Das heißt, ich bin hier deutlich zwiegespaltener als bei Bitcoin, deswegen gehe ich auch hier überhaupt nicht in irgendeine Position rein. Der WIC, genauso ugly, muss man fairerweise dazu sagen, aber ein perfekter Retest unserer vorherigen Range. Also hier sieht es absolut bullisch noch aus, meiner Meinung nach, aber Position würde ich hier trotzdem nicht eingehen. Risiko eindeutig viel, viel zu hoch, dass man hier irgendwie irgendwas verkackt. Deswegen gleiches Spiel auch hier, wir gehen mal ganz kurz in den 1-Stunden-Timeframe, ziehen uns mal ganz kurz das FIP-Level. Da sehen wir auch, okay, Marke zwischen 2290 und 2325, das sind so die Zielmarken, die im Laufe des Tages nochmal bei einer Erholung möglich sind. Dann aber gleiches Spiel wie bei Bitcoin, Korrektur wäre auf jeden Fall drin zwischen, ich sage jetzt mal 2100 bis ca. 2060 US-Dollar. Das wären so die Ziellevel, vielleicht kriegt man das auch, ich bin kein Elite-Raver, aber nur mal so in dem Sinne, dass wir das dreiwillig kriegen. Das heißt, erste, zweite Korrektur und dann wieder eine Erholung und dann die dritte Korrektur, müssen wir mal jetzt die nächsten Tage erwarten. Aber ich denke, die Korrektur sollte dann so bis Weihnachten spätestens oder bis nächste Woche auf jeden Fall abgeschlossen sein. Und wir dann hoffentlich in irgendeiner Long-Position auch drinnen sein. Jetzt gehe ich nochmal ganz kurz rüber zu Cardano, weil wie gesagt, da haben wir ja die Profite genommen. Können wir uns das mal charttechnisch angucken. Eigentlich muss man hier wirklich sagen, wir haben es perfekt abgeholt. Ich habe, glaube ich, hier den Tipp gegeben, bei 64 US-Dollar Cent werde mein Einsatz raustun und es hat sich einfach mal wieder bewiesen. Es ist einfach die beste Möglichkeit, keine Ahnung. Ihr könnt natürlich machen, was ihr wollt, aber für mich ist es immer noch die beste Möglichkeit. Auf jeden Fall, seitdem, seit wir hier oben verkauft haben, ging es in der Spitze mal kurzfristig 20%. Jetzt sind es mittlerweile 15%, also theoretisch können wir hier jetzt schon mit 15% Discount einkaufen. Aber auch hier könnte ich mir gut vorstellen, dass eben dieser Wig wieder gefüllt wird und wir hier zumindest den Retest in Richtung 45 US-Dollar Cent reingehen. Und dann werde ich auf jeden Fall wieder nachkaufen. Da werde ich euch in der Telegram-Gruppe dann natürlich auf dem Laufenden halten, wenn ihr irgendwas wissen wollt etc. Kommt da gerne rein. Und ansonsten würde ich sagen, war es das für heutige Video. Warten wir mal ab, was Bitcoin macht. Bitte nichts überstürzen. Es ist Montag, Montag sowieso Fake Move. Wir haben ja noch die ganzen Stock Shorts offen. Auch hier hoffe ich, dass heute endlich mal dieser Crash endlich reinkommt. Ansonsten, wenn ihr mich unterstützen wollt, melde euch gerne bei meiner Partnerbörse BingX an. Und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal einen guten Start in die Woche. Lasst es euch gut gehen. Wir hören uns eventuell dann später nochmal. Sollte ich irgendeinen Altcoin finden, melde ich mich. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay quick.